so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video vor mit dem anrucke heute watchdogs eine fixe mission der jäger glaube ich kann ich erkennen ich habe ein guter vollbild ist vorbei naja ist ja egal ja wir haben wir spüren auch in zukunft jetzt watchdogs auch als missionen oder halt nach missionen und etwas ganz wichtiges zu beginn gleich ich schreibe immer in die video beschreibung wie der fixe auftrag heißt und halt in welchem bezirk es falls ihr ihn sucht oder was damit ihr nicht finden könnt weil den titel ob ich nicht dass er reinpasst unbedingt deswegen werde ich mal schauen wie ich halt mache weiß ich noch nicht genau steht ihr dann so heute aber auf jeden fall ein thema das ist eher was für mädchen vielleicht auch ein bisschen was für jungs ich mache immer videos für jungs wie mit mädchen klarkommen könnte jetzt mache ich mal ein video praktisch das heißt jetzt praktisch was jungs wollen also die mädchen jungs erobern können was gefällt in den jungs wie komme ich an den jungen halt ran und sowas das werde ich noch ein bisschen anschneiden sage jetzt mal so natürlich wie immer wenn ihr sagt ja das ist mit zu wenig und jetzt weiß ich auch nicht viel sehr viel weiter ich wusste schon alles dann bitte an auch macht doch noch mal ein video ausführlich kann ich ruhig machen jetzt kein problem jetzt sage ich nur das was mir alles spontan einfällt so was ist das grundding natürlich das äußerliche ja es heißt ja ich will sie mit inneren werten markt bla 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 das hört sich immer das ist so ein eigentlich so ein doofmann sagt sage jetzt mal weil es ist in natur so dass der mann einfach zuerst aus äußerliche schaut der erste eindruck ist der wichtigste und dann schaut ihm also er schaut kurz ob das äußerliche bis einigermaßen passt und dann schaut er auf die inneren werte nicht sofort auf die inneren werden weil es ein quatsch ist wenn du einem wenn ich jetzt mädchen total hässlich finde dann ist es egal wie sie vom charakter deswegen mag ich sie trotzdem nicht so erste das erste ist business äußerliche ich würde sagen ja man wie gesagt ich würde ein paar videos verlinken die dann mit zusammenhängen man sollte halt einfach erstmal sich schminken wenn man ab 12 sollte man sich erst schminken ist klar also was ich von vornherein sagen will ist eigentlich wenn ihr einen jungen einen normalen jungen wollt dann schaut dieses video an wenn ihr einen gangster wollt oder so ein macho oder so dann macht einfach die beine breit macht eure bluse schon mal ein bisschen auf mehr braucht ihr für so eine nicht das reicht schon um einen macho oder ein gangster rum zu kriegen falls ihr einen wollt falls ihr einen anständigen care wollt hier sage ich euch sachen für die man anständigen jungen erobern kann ja nicht diese ganzen assis diese ganzen gangster penner diese ganzen möchtegern rapper ganzen käse da ne sondern wirklich normale gescheite jungs also soziale jungs ja also wirklich so schminkt euch ein bisschen natürlich nicht so viel wie genau ihr euch schminkt das müsst ihr natürlich für euch herausfinden das weiß ich nicht das ist auch ein bisschen schwierig bei jedem es gibt sehr viele mädchen die ohne schminke auch sehr gut ausschauen natürlich natürlich sieht jedes mich mit schminke besser aus ja aber grundsätzlich gibt so viele mich in die ohne schminke hübsch ausschauen und was auch wichtig ist klatscht euch nicht so viel parfüm darauf dass man es bis 20 meter fänge auch noch riecht oder dass euer ganzes gesicht voller rutsch wenn ich wie das heißt rutsch kann sein ist weil das mag ich auch nicht wie es einem so älteren damen sehen das ganze gesicht zu viel kleister dass es war das ist so assi so was kann man noch sagen ja ihr müsst euch ein bisschen das schminken haben wir schon roter lippenstift in dem alter also unter 16 noch nicht das ist total kacke aus das will ich auch keinem empfehlen dass es macht macht auch wenn labello hin oder so oder ein pinken halter und roten das sieht so krank blöd aus ja natürlich braucht ihr auch ein hairstyling ein bestimmtes was die breite masse jungs nicht anspricht sind kurze haare das muss wirklich dieses mädchen stehen und ich persönlich mag mich mit kurzem überhaupt nicht eigentlich ich mag diese langen haare und so ein bisschen nämlich ein kuschel dann was ich sind jetzt immer dran und so und das spüre ich sie halt bisschen also ganz kurze haare denke ich meine junge neben mir das mache ich eigentlich gar nichts was natürlich gibt es auch mich in die städte ist aber nicht vielen so natürlich naja jeden tag duschen oder müssen sie im zweiten tag duschen ich hoffe es erklärt sich aber selbst mädels was auch wichtig ist outfit weil wenn du so wir noch umlaufen kriegt ihr einfach kein jungen weil es äußerlich wird auch ein bisschen zählt ja es soll auch nicht voll und sich rumlaufen mit so ein mini röckchen dauernd oder mit so einer kurzen hotpan und keine strumpfose drunter oder was ihr müsst einfach euren kleidungsstil finden sage jetzt mal so und ja zum beispiel wenn jetzt wenig tippen habt dann macht wirklich push-up rein kauft euch push-up bh tut ein bisschen ausstopfen das ist in erster Linie nicht schlimm weil wenn sich der junge in euch verliebt richtig wirklich verliebt und dann habt ihr sieht eher dass ihr weniger habt dann ist es ihm eigentlich relativ wurscht ist auch bei meiner freundlich anders das ist mir ist es auch der mist von grund auf eigentlich wurscht aber wenn er andere jungs ist es auch so ist dann eigentlich egal ist und es nicht so schlimm sind weniger hat aber der erste eindruck zählt mädels und das ist egal wenn er ein bisschen betrügt meine güte dass das nicht so schlimm die jungs wollen aber zum hingucken eigentlich haben so natürlich ein bisschen was engeres anziehen so ganz lockere sachen und wenn es wenn der jungs klamotten an habt dann werdet ihr nie richtig anfangen weil das einfach jungs hassen und wenn die mussten haben so hoodies und sowas nee gar nicht geht überhaupt nicht ja etwas typisch mädliches zum beispiel tops immer gut mit es im sommer top tragen könnte bei jedem jungen eigentlich landen tragt eine kurze hose vielleicht doch nicht nicht zu knappe hot pen oder war nicht mehr so ein bisschen mit kleid sogar richtig scharf aus muss man sagen ja meine freundin kleid bomben mäßig aus obwohl kleider schon echt echt nicht mehr modern sind ist auch gut ihr müsst auch einen klamottenstil finden und dann müsst ihr euch machen so was halt was natürlich wichtig ist allgemein auch als erst mal fürs flirten so ein bisschen ihr müsst den jungen immer an lächeln und immer immer die augen schauen das ist halt das grunddenken ist das aber jungs genauso müsst ihr auch machen und ihr müsst so ein bisschen euren weiblichen charme versprühen und ihr könnt ihr auch so ein bisschen provozieren indem jetzt nahezu ihm hingeht oder so oder ihn mal so müssen die tippen ins gesicht streckt sei jetzt mal so ein bisschen oder ja so ungefähr so ein bisschen waldchen scham halt spüren lassen sei jetzt mal so das ist ganz wichtig oder was auch gut ist was psychologisch bewiesen ist wenn er zu dem jungen hingeht und den so ein bisschen körperlich berührt nicht an tatschen oder so sondern ein bisschen streift sei jetzt mal beim vorbeigehen oder so das lieben jungen ist einfach oder das hilft bei jungen ist aber so das ist auch gar nicht schlecht flirten ist halt sehr wichtig mädels das müsst ihr wissen das hilft bei jedem jungen und ich habe auch ich bin meist schon so ein typ der fällt nicht mehr drauf rein da manche mädels können so mit mir umgehen sei jetzt mal so dass ich für die schon noch irgendwas macht zum beispiel war es ein paar monaten vor ein paar monaten und zumindest ja ich nehme die ganz zu meine schwester aufpasst so ganz lieb und so ein bisschen tippen ins gesicht gestreckt so ein bisschen berührt so und dann kann man ja eigentlich wenig nein sagen das ist einfach ganz normal das müsst ihr auch so machen dann immer lieb sein es wäre natürlich auch sinnvoll wenn ihr über das thema was diese junge oder euer junge den hamwold mögen will was bescheid ist also macht euch ein bisschen schlau über das thema über seine hobbys keine ahnung das ist ja auch gar nicht schlecht was auch vielleicht fürs anführen ganz gut ist schaut halt dass der junge nicht bei seinen freunden ist bei seinem kumpel soll die kumpel sind immer so die reden scheiße ein oder sagen sie blöd seid oder man fühlt sich einfach anders ihr müsst den jungen allein abgreifen und müsst ihr praktisch so ansprechen wenn ansprechen so was der muss glaube ich auch wollen ist also wohlgemerkt auch ab 12 jahres jetzt müsst ihr euch wirklich überlegen die normal jungs auch wohlgemerkt wie am anfang gesagt liebesbriefe wenn du so ein liebesbrief schreibt und jungen so ein bisschen die hand drücken und schüchtern sein ein bisschen rot wäre das ist total süß mädels macht es und so liebesbriefe wenn ich jetzt in meinem alter okay vielleicht so bis 19 20 kann man doch seinen spannen liebesbrief schreiben das ist doch voll süß er käme jetzt über 20 ist naja dann wird man langsam erwachsen und ist es nicht immer so ganz so denn zwischen 12 und 19 20 kann man es doch locker machen liebesbrief zu schreiben ja das ist doch überhaupt kein problem ist total süß mädels ja das müsst ihr machen damit somit bei herzen verzieren oder so ein blümchen und irgendein bild dazu malen keine ahnung dass das ist halt müssen kreativ sein nicht nur einfach ein texten klatschen irgendwas dazu machen noch ist ja echt total cool so dann egal was dieser junge oder euer schwamm sagt kein mädchen dieser welt ist hässlich vom grund aus die meisten machen sich nur hässlich indem sie sich unnatürlich geben sich verändern akut oder einfach sich nicht pflegen daran liegt es meistens natürlich gibt es auch menschen die hässlich geboren sind aber das ist eigentlich nur eine ausnahme das ist nicht der regelfall ich sehe auch aus wenn ich aus dem bett aussteigen auch brutal hässlich aus dann muss ich auch erstmal meine haare machen vielleicht auch mal ich bin persönlich schon so ich mein gesicht ein creme und so damit es ein bisschen besser ausschaut hier schmeidig ausschaut und das ist halt schon wichtig so ein bisschen auf körperpflege zu achten und auch jungs dass ihr auch euer gesehen mal ein creme oder mal sowas ist es nicht schwul unbedingt wir müssen es ja nicht übertreiben sondern dass ich ein bisschen trockene haut habe so eine nivea soft drauf klatschen oder was angeht ja schon aber auch nicht übertreiben weil es sieht scheiße aus und das ja und mädels was jungs natürlich lieben wenn ihr einfach so also mal angenommen dieser jungen mag euch auch ein bisschen und jedes zu diesen jungen hin und umarmt ihn einfach so das mögen die jungen ist einfach so überraschend oder so ein bisschen bezieht und sei jetzt mal so ja so das äußerliche jammerschutz mittlerweile geklärt was jungs wollen mich jungen schon immer auf arsch titten was aber auch wichtig ist durch die augen sind sehr wichtig die wenn die zur geltung kommen woher mädels her das ist joker ist sie in die augen das ist einfach so was auch cool sind ja so ja dass das müsst ihr euch zeigen das sind so gesichtsmimiken wie ihr einfach ein junger rumkriegt das müsst ihr auch alles üben und kennenlernen und so dann schafft ihr das schon so jetzt auch mal aufruf an alle jungs die das video schauen schreibt mal eben in die kommentare also jetzt nicht bitte also alle kommentare irgendwie stehen auf große fette tippen oder so sondern so allgemein sachen was wünscht ihr euch von einem mädchen oder was würde euch ein mädchen gefallen oder was was wollt ihr denn von euren mädchen dass das mädchen wenn es mädchen auf euch steht und so dass sie das mädchen erobert praktisch also sie euch erobern will was müsst ihr diesen mädchen dafür tun schreiben in die kommentare was euch einfällt weil ich habe bestimmt nicht alles gesagt ich habe gesagt nur angeschnittenes thema jetzt natürlich auch mädels ihr könnt auch in die kommentare schreiben was denkt ihr was bei jungs gut ankommen könnte auch in die kommentare schreiben oder sammelt mal ein bisschen was weil dann vielleicht tauscht euch auch so ein bisschen in den kommentaren aus keine ahnung auf jeden fall wer es wünschen wenn viele kommentare kommen würden weil das auch so ein allgemeines thema ist und das ist jetzt auch nur ich habe es auch ein bisschen verallgemeinert dass man auch jungs anspricht und sowas ja das ist auch ein bisschen dazu also was jungs wollen mit diesen satz da fällt mir eigentlich auch viel ein meistens das wollen doch jungs einfach dass sie auch dass das die mädchen nicht nur zuhören auch ein bisschen mitreden bei manchen themen können oder so oder nicht nur süß daneben stehen ja das wäre echt super also leute kommentiert mal schön was ihr davon haltet oder auch ja was ich euch gesagt habe was ihr kommentieren könnt wäre sehr wünschenswert so jetzt haben wir noch genau 40 sekunden ohne dreh ich weiß nicht mehr genau mir fällt es nicht mehr so viel ein ehrlich gesagt dass das erste eine der ersten videos wo ich nicht mehr so klein fällt ja falls ihr fragen habt fragt mich wir können mich alles fragen was ihr wollt oder wenn ihr noch einen videovorschlag habt über ein bestimmtes thema auch über beziehungsthemen mache ich alles ich weiß halt bloß nicht wie ich das detaillieren kann zum beispiel das erste date zum beispiel wäre jetzt mal ein thema das muss halt einfach ein bisschen detailliert sein weil ich kann nicht so allgemein für alle sagen dass es so viel thema beziehung ist so viel leute das ist einfach nicht zu überschauen scheinbar detailliert was ihr gerne haben wollt so dann leidt mich auf facebook folgen auf twitter gibt mir noch was mir gefallen hat und ich würde sagen das ist ja schon das ende des videos was haltet ihr davon schreibt mir kommentare bitte schön unten die box in der videobeschreibung findet auch alles was ihr braucht bis zum nächsten mal euer annak und tschüss die